Huch, ist das hell. Auf einmal wird es so hell hier, ja. Jetzt kann ich mir nix noch mal raus. Füßig erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht. Okay. Oh, die Flüge. Hat das auf der Sound so gefehlt. Nur so ne Stimme. Meister hat gesprochen, Meister hat gerufen. Kann man ja einfügen. Ja. In Sound. Wir haben geleckt gerade alles. Oh, jetzt mal wieder gerade umsetzen. Schlecht bin ich mir vor, dass der Kamera rauskriegt. So zock ich jetzt. Oh, geht das aufs Kreuz. Oh Gott. Ja, am besten Bescheid hinsetzen. Mein Laptop hat sich gerade aufgehängt. Ich krieg noch einen Anfall. Um. Und zu ner Firefox ist richtig. Geht nicht mehr. Ja nicht einmal als Programm schließen funktioniert. Oh Gott. Also hast das wieder für seinen Bombos. Oh. Ja ich. Mach doch eh keinen Schaden. Ich hab das Ziel nicht in Sichtfeld. Elzert. Ja. und jetzt sind kann ich nicht die ganze Zeit am durchkasten die makellosen Fußlappen sind auch was für dich ja wenn ich überlegt was ich für Schuhgrader anhabe kannst du zuerst einmal betragen aber das ist auch egal alter was muss ich gewürfelt haben damit ich die Schuhe nicht gekriegt habe 3 6 gewürfelt gegen 21 jetzt schüler kristig sie macht es jetzt doppelt auf 5 besorgt dann ein Laptop oder spiel einfach weiter hey irgendwie hat man geschrieben so bestimmt schon ob ich mit seinem Hund gehen will so bestimmt schon ob ich mit seinem Hund gehen will das Hey, mach mal auf. Geht doch. Hey, mach mal auf hier. Das macht nicht Bäm, das macht Wutz. Der Typ ist in der Gilde, die heißt Rest in Christusburg. Ganz toll, das ist ein bisschen Schaden, das ich mache. Der Heider lacht ein Grotscher aus. Oh, Bissensmiter. So, dann klatschen wir auf den da auch noch drauf. Oder machen wir erst das da. Schwierig vor einem Mob und verfehle das Ziel. Oh, ein großer Mob und du brauchst dein Leben. Ja. Du stirbst ihn. Ja, merk ich auch. Nett. Kannst du einen Seelenstein auf mich casten? Irgendjemand hebt dich schon gerade auf. Ah, der andere Hexer. Ja. Deswegen mach ich nicht weiter. Das ist jetzt nicht gemacht. Das war ja jetzt lustig. Wir sind das noch für ein nerviges Viech. Ein Untot des Larabeos. So. Und everybody says to protest, but der hat die. D. 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 Equerra, er wird als dritte Ziggurat gesäubert und jetzt ist der Weg zum Endboss frei. Ja, man sieht ihn schon durch den Boden reden. Jetzt kommen wir erst mal zum Magistrat und da kommt der Ramstein. Jupp Ramstein, Mann gegen Mus Torres 어때. nicht wiederholfen Zeit vergibt es ist doch mal vor allem bei den Socken ich muss jetzt noch nachher mal anfangen an die Beschwerden zu passen ja ich sehe schon das das könnten W.W. Error sein wenn ich das richtig sehe so bei uns läuft alles prima ja bei mir sind wir die Erde wenn ich das richtig sehe zweifel ein Sitzung das ist wie so was zu nehmen was das Ende des Textes im B.O.W. er war lässt sich weiter zurück als ein der Bekopf ist ein Computer zu verhandeln ok ok dann müssen wir es alles so machen Task Manager ähm wo haben wir es denn den B.O.W. Prozess mal kurz beenden und das Spiel neu starten das ist jetzt mal ein Chaosboot in die Fresse hier so nicht meine Folie ne so jetzt es kann jetzt sein dass ihr mal kurzzeitig nichts seht weil äh der bei mir weil ich jetzt ja das Spiel abgeschmiert weil das Spiel abgeschmiert ist ich jetzt erstmal wieder im Fenstermodus muss ich bitte das mal kurz zu entschuldigen das ist unverzeihlich hehehe nie damit hier das lässt sich hier gleich wieder einstellen System unser Zweiter liegt hier voll los Dämpstermodus übernehmen so das ganze jetzt noch in so ok die Aufnahme ist nicht abgebrochen achso es ist nur B.O.W. abgeschmiert weil die Aufnahme müsste noch laufen hier ja eine Stunde neununddreißig nehmen wir jetzt schon auf ja dann haben wir ja wieder bisschen Material von der Aufnahme Periode hier ja eine Stunde neununddreißig wären gerade so circa der Friedenstifter ist getroppt der Schlüssel zur Stadt ja eine Stunde neununddreißig sind circa 5 Folgen ich habe den Schlüssel zur Stadt gewonnen das kann man mit dem Ding jetzt machen gar nichts mehr super ja früher brauchst du den damit du reinkommst ja damit du den Dienstboteneingang benutzen konntest dafür war der früher da ja mittlerweile sinnlos weil man den Dienstboteneingang ja so nicht so benutzen kann ja 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 eine extra Indie ist alles. Früher war das ganze ja eine Indie. Ziemlich lange Indie. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Gift Rülpser. Hey, ich mach wieder mehr Damage als der eine. Das ist doch was. Wir müssen alle Monstrisitäten hier besiegen. Dann kommt der Rammstein. Oh yeah. Der Trollolo trollt mich. Und der Heiler trollt uns auch. Der 30. Abartig. Tja, da siehste mal. Der Trollt bis zum Gehen nicht mehr. Willkommen bei Let's Troll. Heute werden wir getrolled. Lerlob. Leider nicht für mich. Hey, ganz mal. Und da kommt der Meister. Na, jetzt wird Rammstein davon. Level 1 und 15 Euro. Der is red. Gibt es nicht die Smash-Mechanik noch? Ich bin froh, dass der Chaos-Bild nicht dagegen war. Aber der entneben gegangen ist. Sonst würde mein Schaden jetzt noch leppisch ausziehen. Oh, das Schild ist geil. So. Das Schild ist richtig heftig. Hast du das schon mal angekuckt? Was? Wo liegt das da? Ja. Achja. Da kommt er aus. Arnius Totenspur ist, soweit ich es weiß, sogar ein Level drüber. 52. Kann gut sein. Er ist 6 Level über uns dann. Das könnte schwierig werden. Aber wir haben jetzt doch sowieso noch mal ein Level ab. Sind die anderen 51, 46, 51, 50 ja gut. Drum machen die so viel mehr Schaden als wir. Ne, ist auch bis 51. Naja. Du hast den Stirb zu probieren. Jetzt, wir sehen es jetzt mal, dass es wir uns in der ganzen Baustelle sieht. Ich habe mir heraus Learning which I wanted. Und jetzt habe ich mir ihr meinen, Und ich habe mir eher einen gedropt. Aber ich habe das, was geld aufhören. Und das wird Level 47. In welchem Level hat man angefangen? 44? Dann hätten wir unsere drei Pflichtlevel pro Aufnahme schon wieder erfüllt. Wir sind gut. Oh, ich kriege ja dann die Hand des Schutzes mit Level 48. Ah, ich kriege jetzt meinen Schattenbrand. Mein Schattenbrand, wenn ich die Queste hinabgegeben habe. So, wie dann hoffen, Quests abgegeben. Oh, die Schwarzfeld ist tief. Aber auf den hier freue ich mich schon, der oberste Kreuzfahrer. Dann wird's lustig. Schildprock, Schildprock. Und dann raus hier. Oh, one moment, ich muss jetzt meine tollen, geilen Schultern anlegen. Die ich erst in einem Level anlegen kann. Scheiße, ich dachte, wir werden... Ach man. So ne kacke wieder. Instanzgrube verlassen. Jo. Hallo, wie sieht's aus? Machen wir noch was oder sagen wir, wir lassen es bei unseren drei Pflichtleveln? Ich würde sagen, wir lassen es bei unseren drei Pflichtleveln und Quests dann das nächste Mal wieder intensiv los. In der nächsten Aufnahmeperiode. Nämlich in der sengenden Schlucht, weil da gibt's auch ein paar richtig geile Quests. Oh yeah. Tötet sie durch Schlafeentzug. Tötet sie durch Schlafeentzug. Tötet sie durch Schlafeentzug. Meine Lieblingsfest. Dunkleisenzwergen, die Kissen klauen, damit sie an Schlafeentzug sterben. Und das Schöne an der Sache ist, es funktioniert. Zumindest benachteiligt sind, weil sie unaufgeschlafen sind. Ja, die sterben dann auch. Das sind jetzt solche Nervenbündel, wie ich Hexenmeister bin. Und ja, dann sind sie zu nichts zu gebrauchen, so wie ich auch. Und dann gibt's erstmal einen Roadtrip. On the road again? Ja. Nämlich damit. Weil ich bin jetzt 20% schneller als du. Hm. Da war ja was. So, ich warte noch bis Chrissy hier ankommt und dann... ...und sagen dann mal wieder, Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Er wollte ja unbedingt, dass wir das noch rausschneiden. Aber dann haben wir gesagt, nee, das bleibt drin. John wollte von uns unbedingt, dass wir das Letzte, was er da noch gesagt hat, zum Schluss rausschneiden. Aber wir haben gesagt, das muss drin bleiben. Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Das... Er wollte noch irgendwas sagen und dann kam das dabei raus. Das war einfach so... Oh, okay. Das war eine Panne. Okay. So, wir können uns nicht nebeneinander stellen, weil wir uns ja nicht sehen. Doch, da steht er sogar. Ja, das ist nur stimmt. Ich setz mich noch zu ihm. Sein Chopper. Und ja. Das war's dann für heute, würde ich sagen. Ja. Ich park jetzt noch vor den... Ja. Mehr oder weniger bei den Tonsen Eisenschmiedern. Solange nicht unten in diesem Schluchtding in Starparkst. Ja. Ups. Hier... Hier starten wir das nächste Mal, damit wir wissen, wir wollen in die... Wobei... Wart mal. Damit wir es definitiv wissen... Hier. Wir starten hier. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Beim Heldenaufruf zur engenden Schlucht. Damit wir ja wissen, wir wollen in die engende Schlucht zum Cresten. Also. Das ist richtig. Ähm. Ja. Wie lang haben wir jetzt aufgenommen? Äh. Eine Stunde 47. Das werden... Ja. Wenn ich die letzten paar Folgen ein bisschen kürzer schneide, wären es 6. Okay. Na dann. Ja. Packen wir's. Packen wir's. Also. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ist nicht zu langweilig geworden mit den ganzen Linnis. Aber wir hatten ja auch wieder ein bisschen was dabei. Ja. Und das Ganze war ja wieder sehr lustig. Ich hab mich natürlich wieder geärgert. Wie immer. Das... Ich weiß nicht. Ich steigere mich da immer total rein. Egal. Okay. Also. Macht's gut. Du musst die Webcam noch ausmachen. Hi. Ähm. Ja. Die Webcam muss ich ausmachen. Äh. Ich kann die so nicht stoppen. Ich muss hier rein gehen.